Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Heute spiele ich mal als Xenoworld. Xenoworld macht gerade nichts besseres zu tun. Mein Problem ist, ich weiß noch gar nicht, wer mein Bus fährt, aber das ist erstmal zweitens. Davor einfach nur noch was, also die Zeit habe ich es schon noch. Wenn nicht, hab ich mal kurz den Cut rein und guck mal wann er fährt. Ah, was ist denn das für ein blödes Vieh? Ich bin leider raus, wie ich schon bin. Ich bin leider ganz kurz, was ich zittert habe. Einige bieten Tuch bei denen, können auch nicht wieder. Great. Einige Pflanze, Feuer, oder Vase. Nelon. Wollen wir mal. Der Wenerglas ist jetzt nicht frei, da hab ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich bin hier unten gelaufen. Wollen wir mal runter? Wollen wir mal runter? Moment, ich brauche nochmal ganz kurz die Aufnahme. Bitte. Ich hätte es mir denken können, es wird eine sehr sehr kurze Aufnahme. die mein Bus hat, nämlich in 6 Minuten. Das steht ein bisschen mehr Zeit. Okay. Wurde halt ne sehr kurze Folge. Und irgendwie bewege ich mich grad auch nicht jetzt. Komische Sache. Wo ich mich bewege, warum auch nicht. Scheiß Spiel. So. Ich spielte vielmals um die Geräusche im Hintergrund. Es ist halt ne Großstadt wo ich bin. Diesmal nicht so ein kleines Kaffee wie bei uns, sondern ja, bei uns ist schon ein bisschen mehr los. So, ich spielte vielmals um Verzeihung. Ich musste mal kurz ein Karte rein haben, weil ich nicht wusste, ob mein Mikro an ist. Das wäre die Folge nämlich für sinnlos gewesen. Ich hab da nämlich sowas von gar keine Ahnung. So, da vorne ist eine voll aufgebettelte Arena. Mit einem Raid auf niedrigster Stufe. Das kann ich sogar alleine schaffen. Geil. Aber ich hab jetzt keinen Bock auf Raid Kampf. Obwohl... Ach ne, das waren... Level 3er glaub ich, oder? Ja, ich weiss nicht. Guck mal. Wenn ich die Zeit hab, klatsche ich da noch ne Runde, wenn ich dann nicht. Muss dann erstmal gucken. Oh, ein Evoli. Da freut sie sich. Auch immer diese Riesenmaschinen. Schlimm. 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 Ich hoffe, da ist ja noch ein Trick. Schlimm. Das ist ein Burg. Jetzt gehst. Wow. Ich hab's geschafft. Wie geil. Ich hab's geschafft. U.K. Ich bin froh, dass ich das noch nicht schaffte. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen heißer bin dann nicht wundern, ich sitze gerade im Boxen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen heißer. Jetzt komme ich nicht mehr klar, ich bin nicht in Cieschen. Okay. Okay. Hier ist meine Wenigkeit. Hier ist meine Wenigkeit. Hier ist die Grenzen. Hier ist die Grenzen. Hier ist die Grenzen. Hier sind die Grenzen. Wer gerne Seenogal als Freund haben will, da habt ihr die Nummer, da könnt ihr euch eintippeln. Wenn ihr euch eintipptet habt, dann geht's und dann geht's und dann geht's und dann geht's. Ich bin der Karte, ich bin der Karte. Das war's für heute. So, ich mach hier mal einen kleinen Cut, hier ist nämlich gerade nichts weltberühmtes noch los. Vielen Dank für die Zuschauer, bis dahin, wir sehen uns an den Wurzeln kommen. So, jetzt kommt einfach die Fortsetzung. Von der Folge, ich hab meinen Account inzwischen mal gewechselt, ähm, weil, ja, der eigene Nummer ist Account, ich wollte selber mal spielen in der Zeit. So, den zu Folge, ähm, hörst du mal auf, mir an, um den Rhein zu rennen, Alter? Ich hab wirklich Handy hinten drin stecken, meine Fresse, ähm. Ähm, ja, wir machen jetzt noch zwei, drei Minuten und dann wird sich die Folge dem Ende nähern und ihr bricht gleich eine Laterne. Ja? So. Ja. So, das ist nicht toll. Oh, das hat der Radar jetzt gesagt, du? Thomas, das ist nicht voll süß. Jetzt ist einer ein wenig behindert. Jetzt schreibt er mir schon wieder Memos. Das können wir auch mal machen, der Ausflug zum Flughafen. Ja. 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 Was ist? Kann ich dir einen reinhauen? 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 Ajat. Auff, oah das ist doch... Ich will ja nichts sagen, aber ich nehme auf. Wirtschaft Steineu Also wenn du Kuchen te preferences Tius indicated. Hyper gateys. Jurer sei den Geschmack. Ne Gutes Steineu So. Musst du das gehen? Gute concerne. voices in superhero Realtar του. wir richten uns dann an den ende der folge passiert ähnlich spannendes in der elke ja ich habe noch ein anderes video vor einer woche aufgenommen und das ist nein die folge endet sich nähert sich den ende wie oft muss das eigentlich noch beginnen und ja ich hoffe euch hat die folge gefallen mal gleich mit zwei accounts für die account regelbeats machen ich habe hier fünf oder sechs accounts auf dem handy und vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächste folge pokémon go